Hallo, mein Name ist Yenja Karo, ich arbeite als Projektmanager für die ECHE-NRG. Wir sind ein Full-Service-Instal-Medienanbieter aus Augsburg. Wir sind das erste Mal hier auf der Euroshop und fühlen uns ganz wunderbar. Das Monkey Book ist eine neuartige Form der Projektion. Wir haben hier in charmanter Weise das klassische Buch mit der neuesten Technologie, der LED-Unterprojektion, zusammengebracht. Funktioniert hier ganz wunderbar als Publikumsmagnet und wir sind sehr froh, dieses Exponat hier ausstellen zu dürfen. Grundsätzlich haben wir hier die Möglichkeit, alles das zu integrieren, was bei einer normalen Multitouch-Lösung auch integrierbar ist. Sprich, wir können über diese normale Darstellung von statischen Seiten Videofiles integrieren, Links integrieren, sprich Kataloge abbilden, darüber hinaus Bilder großziehen, Bilder kleinziehen, Bilder sich drehen lassen. Also alles das, was mit neuartigen Multitouch-Endung möglich ist, ist auch hier auf diesem Monkey Book möglich.